Einen recht schönen guten Abend von Typisch Usbekisch. Wir besuchen heute ein Restaurant, Mixed Pub, Jenson in Tashkent. Jenson ist ein koreanisches Restaurant, hat mehrere Säle. Wir sind heute im Saal Mixed Pub. Es ist ein Tanzrestaurant, bis 19 Uhr ist nicht so laute Musik, danach ist Tanzmusik, es wird live gesungen. Sie sehen hier zum Beispiel die Vorhalle, so sieht die Bar, der Mixed Pub aus. Und das ist hier der große Saal im Restaurant, wo alle ganz gemütlich sitzen. Das ist jetzt immer noch festlich geschmückt, kurz nach dem neuen Jahr. Das sind hier die Salate und die Fleischplatte. Wir haben Steaks bestellt, die wurden so geschnitten und gebracht. Mit Country Kartoffeln. Danach gab es laute Musik, viele haben dann getanzt. Hier sehen Sie die zwei Sänger. Man kann auch in Restaurants in Tashkent den Sängern einen Musiktitel bestellen und die singen es dann vor. Das war der kurze Einblick in das Restaurant Jenson in Tashkent. Tschüss. habe ich in sociobildung geliebt. Ninigolf stealing in Tashkent. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nam perd … wrap es yang Across am 100% à Fight. Die dois machen Subsid 소요. Das machen wirx-Uwege. Mannнитоздatoren. Von Spoholisch fürn.